Der 43. Spieltag in der DL beginnt mit einem Derby. München gegen Straubing bis jetzt in dieser Saison. Drei Siege für die Straubing-Tigers. Toni Söderholm und seine Mannschaft natürlich gefordert. Von Pokel Straubing-Tigers auf dem dritten Platz. München ging als Fünfter in die Partie. Straubing in Überzahl in der Anfangsphase. Und München wird gerade komplett wieder vollzählig. Da kommt die Scheibe zu Nick Mertenen. Und der mit dem 1 zu 0 für die Tigers. 13. Saisontreffer schon für Mertenen. Entscheidend, dass Ben Smith seinen Schläger verlor. Hier sehen wir ihn auf dem Eis. Smith hier mit der 12 ohne Schläger. Der fuhr dann vom Eis. Und das öffnete den Raum für Mertenen. In dem Fall also nur drei Münchner vor dem eigenen Tor. Ausgenutzt von den Tigers. Auf der anderen Seite Parks auf Adelshauser. Und auch da das Verteidigertor. 1 zu 1. Konrad Abelshauser mit seinem 50. DEL-Treffer. Platziertes Ding und harter Schuss. 138 Kilometer pro Stunde. Es ging rauf und runter im ersten Drittel. München machte zu viele Fehler. Jeder Puck wieder weg. Konterchance für die Tigers. Erneute Führung für Straubing. Zwölftes Saisontor für Straubing. Straubing nah dran an den Gegenspielern. Hier Pacatomi. Der Elitz die Scheibe wegschlägt. Und dann Straubing mit einem guten Move auf die Rückhand. Gutes erstes Drittel der Gäste und München natürlich gefordert. Aber sie spielten ein richtig gutes zweites Drittel. Straubing in Überzahl. Samuels soll mit dem Fehlpass Hager schnell nach vorn auf Yasin Elitz. Der blickt sie noch einmal um. Zieht auf die Rückhand. Das 2 zu 2. Samuels soll mit dem Pass da in die Mitte. Kein Mitspieler in der Nähe. Dann aber auch schnell geschaltet von Hager und von Elitz. Beide Mannschaften gut in den Special Teams in dieser Saison. Hier Vorteil München durch den Shorthander von Yasin Elitz. Die Antwort der Straubing-Tigers. Wieder so ein schnelles Umschalten. Bradley auf Zengerli. Und wieder führten die Gäste. Doppelpack von Mark Zengerli. Es reicht in dem Fall eine Bewegung in der neutralen Zone von Bradley. Hier schnell auf die Rückhand gelegt. Da öffnet sich dann der Raum. Zengerli mit dem Schuss ins kurze Eck. Das anschließende Bull. Eigentlich gewonnen von den Straubing-Tigers. Dann ist die Scheibe aber weg. Blum sticht rein. Der Puck kommt auf Oswald. Und der Achtung mit dem Auge für Heigl. Für Thomas Heigl. Und der mit dem 3 zu 3. Thomas Heigl reingerutscht in die Mannschaft. Weil sich mit Dessous ein weiterer Stürmer verletzte bei München. Und die Youngsters, die waren jetzt in dieser Phase auffällig. Oswald gerade schon Vorbereiter des Ausgleichstreffers. Hier mit dem Auge für Yasin Elitz. Elitz verwertet seinen eigenen Rebound. Zum ersten Mal führte München. 0-1, 1-2, 2 zurück. Aber hier die Führung. Abelshauser raus auf Oswald. Und dann Yasin Elitz mit seinem 2. Tor im Spiel. Überzahl für die Münchner. Wieder Elitz beteiligt mit dem Pass zurück auf Jonathan Blum. Der schießt, abgefälscht von Ben Smith. Und der macht mit seinem 100. DEL-Tor ein Überzahl. Das 5 zu 3. Die Straubing-Tigers defensiv nicht so stark wie gewohnt. Marcel Brandt fehlte, das ist ein Faktor. Der war krank. Aber Straubing fliegt ja auch offensive durch die Verteidiger. Und das war zu Beginn des dritten Drittels wiederzusehen. Schuss von Samuelson, abgefälscht von Connelly. Und Straubing wieder dran. Das 4 zu 5 aus Sicht der Tigers. Toller Zipp von Connelly durch die Beine von Niederberger. Doch auch die Straubing-Tigers mit unnötigen Scheibenverlusten. Samuelson auf Braun, die Scheibe ist weg. Kommt auf Jonathan Blum. Ortega 6 zu 4. Straubing kassiert zum 1. Mal in dieser Saison mehr als 5 Gegentore. Und dieser 10. Treffer dann auch der letzte in diesem Spiel. Tom Pockel, den Tigers-Coach, ärgerte vor allem das 2. Drittel. Denn da mussten seine Tigers 4 Gegentreffer hinnehmen. München hat immer die Antwort gegeben. Zweite Gegentore der Shorthander. Dritte Tor direkt von Faceoff von Bulli aus. Wir führen 3-2. Und das ist natürlich ein mentales Schluck. Aber auf jeden Fall müssen wir besser die Scheibe managen. War ein ganz schön durchwachsenes Spiel von Anfang an. Ich denke, war ein gutes Spiel für die Zuschauer. Viele Tore, aber für die Emotionen war es nicht ganz so gut. Gutes Spiel auch für Yassin Elitz. 4 Punkte gemacht. Damit knackte die 500 Scorer-Punkte in der DEL. Natürlich auffällig Yassin Elitz. Ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen für Toni Söderholm. Der Sieg für seine Münchner. Und auch Fight Oswald mit seinen 2 schönen Vorlagen. Stach, heraus.